Wär geil, wenn du damit... Also du... Ja, aber der hat ne Taucherklamotten... Wow, was ne geile Optik, Alter. Pablo holt das einfach hoch, Alter. Hä, das... Ja, er holt ja die ganze Kiste hoch. Der lädt sie ja ins Auto. EPI-Power. Oh, ich hab ja von Mama nie mitgenommen. Ja, aber guck, du kannst nicht so lang... Du schwimmst nicht so schnell wie Pablo, ne? Pass auf. Hm, na, ich komm mal wieder hoch. Boah, Alter, ist das Wassergeil geworden. Pablo, äh, Pablo, klatscht dir die kompletten Kiste rein. Ich kann's nur abstellen, nicht ins euer Auto. Heißt, ich muss sie zum Land tragen. Ja, ich komm rein. Du bist... Du bist... Du bist... Du bist... Was? Ich krieg da leider gar nix. Warte, ich guck mal, ob ich dir unter was auch noch kriege ich. Ja, aber du bist... Das lustige ist, du bist schneller... Ich fahr dann schon... Sonst an Lando, pass auf die Kisten auf, weil du... Du schwimmst schneller als ich fahr. Ja, fahr rein, ich scann hier alles auf. Aber markier die noch kurz, wo das ist nicht, dass du es danach nicht mehr findest. Was, das sieht schon geil aus. Bleib am besten hier, ich bin ja schnell mit da raus, wirst du. Okay. Schau mal, was das ganze Cache hier ist, was der Falle an hat. Ich decke die komplette Küste, ne, Pablo? Pablo, ich hab dir eine Anfrage, schick bei Steam. Ja. Oh, da ist ein Möwen. Wie oft streamst du eigentlich? Das kommt drauf an. Ich hab jetzt mir vorgenommen, dass ich mindestens dreimal in der Woche streame. Oh Gott, das Grauen. Halt ja auch vorkehrshaft, ne. Ich find das übrigens lustig, wie unser hinteres rechtes Rad sich hier noch dreht. Richtig? Ja. Bei mir auf jeden Fall. Nein, die stehen bei... Boah, das Wasser ist schon eine Galaktik geworden, oder? Ja, also. Also, was ist das geil gemacht? Da ist ein Jet-Ski, Alter. Die Dinger gehen gut ab, Alter. Da kann ja Pablo nehmen, Pablo kann ja den Jet-Ski nehmen, um hier wieder hinzukommen. Doch, oder? Wo ist denn der überhaupt? Wurde ich mich mit dem Training. Ich fliege immer den ersten Schwimmgang zurück. Also hast du, äh, Dingens? Weste? Ich hab die Kohl aufgehoben. Ne, aber ob du die komplette Taucherausrüstung hast. Ne, ne, eine Kiste liegt da noch. Ne, ob du die komplette Taucherausrüstung hast. Achso, nein, 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 nein. Ich hab, äh, nur allerdings... Schwimm mal eher links, weil da ist ein Jet-Ski, dann kannst du direkt neben mir wieder hinzukommen. Pablo. Boah, ich wollte jetzt gerade auf die Kiste... Die Kiste, also... Auf was wolltest du schießen? Auf einen Schmetterling. Ey, aber das sieht... Ey, guck mal, guck mal von der Außenansicht jetzt über die Stadt, Alter. Beucht halt bei Ihnen ist die Bede. Das sieht schon richtig geil aus. Die Piste hat mal im 26.000 gedrobt. Wow. Also ich hab das alles fertig runtergeladen, jetzt müsste ich nur... Der Pablo müsste mich annehmen, oder... Ja, Koszynski, erde ihn mal kurz, oder so. Hm, da muss ich mal sagen, wie der heißt. Wir machen Drift. Yo, Drift. Guck dir den Drift an. Wie heißt du, Dingens, hier? Ellen, M-F-G-Ellen. M-F-G-Ellen. Mit freundlichen Grüßen, Ellen. M-F-G-Ellen. Zusammengeschrieben? Äh, nee. Warte, ich schreib dir den Namen. A-L-L-E-N, oder? Ich bin da. Was? Wieso? 060. Ich hab das Jet-Ski ins Wasser gepusht, das ist dann irgendwie gegen mich gekommen. Warte, wir kommen. Kann mich kurz jemand revivieren? Ja, wir kommen, wir kommen. Ich hab zwei Minuten. So. Ja, das schaffen wir schon. Hast du eine gekriegt? Alter, wie? Ich weiß ja ungefähr noch, wo die Kiste ist. Ich seh sie. Die liegt da direkt auf dem Strand. Das ist das zweite Mal nicht. Achso, wie das aussieht. Ich bin down. Dabei war gar nichts, Alter. Können wir dich da überhaupt revivieren? Ja, Falk, den Springer war da mal. Den hol ich mir mal. Wo? Insofern wir einen Medic haben, ja. Ja, ich bin das Feldmedic. Ach, das ist... Mein Gott, Alter. Der Kran wird nicht so weit gerendert. Der Kran wird, Alter, so aus wie ein Fallschirmspringer. Hey, Kolocchi, how are you doing? Beschissen, würde ich sagen, ne? Ja. Hey! Nicht stabilise. Revive. Ah, hör auf! Du kannst nicht reviven. Du hast kein Medic-Kit. Ich guck auf, in der Kiste, Alter. Ne, ich konnte vorhin auch reviven. Du brauchst aber Medi-Packs, also Dings. Ich guck auf, welch ich eins im Inventar habe. Ich konnte eigentlich vorhin reviven. Ich kann dir nicht ins Inventar gucken. Ich hab Medic-Kit im Auto, in meinem Rucksack. Ja, dann... In meinem alten, von gerade. Ich bin da nur raus. Hier ist der RPG-7 drin, Alter. Könntest du jetzt mal Gas geben? Ja, ja, ich bin ja dabei. Ich hab nur geguckt, ob du hast in dem Rucksack. Boah, Alter, ein Glück, dass ich gerade ein Medic-Kit von der Leiche aufgehoben habe. Das ist ein Netteschön, Alter. Ja, jetzt steht hier auch Medic-Nervy, weil du das Dings hast. Da sieht ihr halt, wie er schankt, ne? Richtig, da können wir jetzt auf alles ballern, was ist, Alter. Hast du noch eine Kiste, irgendwie? Ah, da, okay. Das krasse ist ja, da ist ein RPG, der neue RPG drin. Ja, ja. Das ist ein Fisch, Alter. Ich denke, was ist das denn? Das komische ist, ich hab jetzt aber das Medipack nicht mehr. Echt, ist du weg, Alter? Ja. Was ist das denn? Komm mal her. Alter, was ist hier drin, bitte? Pablo, fahr mal rechts, links, rechts, links, rechts, links. Dann baut sich das Ding vorne richtig auf. Ich suche die Kiste. Ja, mach mal keinen Scheiß da, weil... Aircraft-Wreck, das Aircraft-Self-Collected-Welt dann, okay? Irgendeiner war bei dem... Willst du mich noch in eine Gruppe einladen? Das war das Wreck, das andere. Hat gerade jemand gecleared? Oh, shit, guck dir das Ding an. Hey, guck nicht in meine Richtung, wenn du das Ding in der Hand hast. Geiler Shit, yo. Da haben wir auch Minen drin. Fünf Minen. Fünf APERS-Minen. Dann... Tripwire-Minen haben wir fünf. Explosive-Statch-Stone haben wir fünf. Explosive-Charge haben wir fünf. Und ein paar Hucksack-Käste. Hab dir mal eine Anordnung geschickt? Pablo muss das gleich machen. Der ist aber gerade... Professional-Diver, eben. Hier sind 14 Raketen für den RPG drin, Alter. Lol, wie viel... Ich pack' keinen Autor hier, Alter. Ja, ich pack' einen kompletten Rucksack voll. Jo, ich... Beseitige ein Fahrzeug-Brock. Hä? Beseitige noch eben Fahrzeug-Brock. Lol. Was für'n Bug? Das fragt, womit ich abgestürzt bin, von Heli. Achso. Ich hoffe, die Art muss halt so lange... Okay, der komplette Rucksack ist eigentlich voll mit... Äh... Ja, aber noch 42 Schuss-HMG, Alter. Hier irgendwo so eine Art Service-Lash, wo wir alles auffüllen können. Man darf nach oben nicht mehr, Alter. Okay, in einen Rucksack passen sieben Raketen für das Ding. Ja, dann bin ich mal hoffen, dass ich jetzt gleich gegen einer eine Straßensperre mache mit ein paar Fahrzeugen. Ja, zwei Rucksackler sind schon voll und die erst noch ein Zehnel. Wie heißt'n das nun? Hm? Ich? Hi. Hi, ist der Jan. Dein Hartmann. Du kannst dann auch, glaub' ich, in Georgetown, ähm, äh, runterkommen. Jetzt geht's geil, Mann. Kann ich nicht bei euch spawnen oder so irgendwie? Ja, ja, ja. Nein, kann er noch nicht, wir sind nicht im Area. Weapons-Schmuggers. Group of weapons-Schmuggers have been spotted. Stop the weapons. Heal and take their weapons and money. Nochmal einladen, ich bin rausgeflogen. Okay, der kleinere Rucksack von beiden ist der mit den Minen drin. Was ist das so schön ist? Ihr müsst mich nochmal einladen. Ja, gleich. Warte, 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 warte. Patronen-Gurt. Ist da irgendwie eine anständige Weste oder so bei? Na, leider nicht, aber ein paar Rucksäcke. Wenn du im Auto guckst, ist ein großer Rucksack drin. Den kannst du da leerräumen, da sind die Raketen drin. In den kleinen Rucksäcken sind alle Sprengsätze drin, also Minen, die man so zünden kann. Ich nehme die APA, also die normalen Minen, nehme ich nicht alle mit, aber die Sprengsätze. Die Charges. Hier sind zumindest Patronengurte drin. Hier sind noch Tripwire drin. Alter, das ist weil der Bomben, die Bombenkiste hier, Alter. Okay, die ganze Kiste hier ist leer. Ja, komm gleich. Kann man die Sichtweite auch mal wieder ein bisschen runterstellen. Medium. Vollkommen ausreichend. Das fucking Fahrzeug ist voll. Sag mir Bescheid, wenn ich spawnen kann bei euch. Was aber heute eingeladen ist, ne? Da bin ich ja jetzt schon. Ja, dann spawn doch. Oder... Achso, wir wissen die Sohn. Georgetown. Kannst du bei Georgetown runterkommen? Kann nur Town oder Beacon aussehen vorne, oder random. Ja, wir sind wahrscheinlich nicht im Kreis. Ja, gehen wir mal kurz rein. Was ist das denn, sorry? Was war mal da noch irgendwas drin, was wichtig ist? Hä, wieso bin ich jetzt rausgeflogen, Alter? Ich hab dich ausgepollt. Du Spacken, Alter. In dem Moment hätte jetzt einer schießen müssen. Ja, für mich ist da nicht viel Wertverlust drin. Ja, ich muss noch ein paar Drohengurt nehmen. Die PM9 Millimeter ist auch 9, ne? Weiß ich nicht. Ja, die PM9 Millimeter ist die weiter PP. Oder die Makarov. Sieht so ähnlich aus. Warte. Also die ganze Karreform ist jetzt voll mit Explosive Charges. Jeder Rucksack hat die großen Rucksäcke. Die großen Rucksäcke sind voll mit Raketen für den RPG, der da oben drin ist. Die kleinen Rucksäcke sind alle voll mit Minen. Wow. Aber ich nehm dann mal mein Alamut wieder. Und meine Alamut-Raketen. Ja, das ist klar. Wir klären jetzt eben die Zone. Ne, stimmt gar nicht. Ich nehm mir nicht den Alamut, weil ich eben die RPG-7 nehme, weil da mehr reinpasst. Und zwar viel mehr. Also ich kriege von denen hier rein eine in den Rucksack. Zwei in den Rucksack. Drei in den Rucksack. Ist voll geil, Mann. Und das ist jetzt vorm, Könn. Oh. Vorne, Gott. Da muss man gleich zu irgendeiner Mission fahren oder so. Aber vorher einmal kurz Service machen. Service, warum? Ja, nur noch 42 Schuss HMG. Achso. Ja, ich habe ja genug Geld gelobt. Ja, ich habe ja auch noch 12.500 auf Kralle. Da oben kommt er. Ich glaube 10.000 auf Kralle. Das ist ein Startgeld? Ja. Hm. Sollen wir dir ein bisschen Angst machen? Was sagst du? Warte mal kurz, ich muss kurz aussteigen, wieder einsteigen. Aber wie ist das gerade verpackt hier? Alter, wie früh hast du deinen Fallschirm gezogen? Junge, Junge, Junge. Glück mal V. Ne, ne, ich weiß nicht, was war ich runter. Was machst du denn ab? Dann hast du noch ein bisschen Flugzeit. Dann kannst du den wieder aufmachen. Du hast ein Magic-Ding in, glaube ich. Das ist ein Script-Ding, was immer da ist. Also ich habe jetzt ein RPG dabei. Mit 5 Rak- 6 Raketen. Was ich einfach so mitnehmen kann. Da ist nur ein ganzes Stück tiefer gekommen. Aber jetzt nur nicht gegen das Gebäude klatschen. Hup, schrapp, schrapp. Was? Schrauber. Wo? Ich höre auch was aus. Wo ist denn der Helikopter? Ja, hier. Hup, schrapp, schrapp. Ja, wo hier ist der? Ja, wo hier ist der? Arme Helikopter ist das. Das ist der arme Helikopter. Der arme? Ja. Oh ja, Mann, oh ja. Der ist... Richtung, Richtung... Was ist das denn, Alter? Hinten, 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 hinten. Komm, 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 komm. Hinten, 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 hinten. Heck, 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 heck. Arille, Attacke. Sehr gut. Attacke sagt recht. Geh gleich nach dem Deckung. Ich habe noch Raketenwerfer, ne? Und Alamut sind noch im Fahrzeug. Hartmann, Commander sitzt, bitte. Oh, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Rechts ist der Heli, rechts ist der Heli. Kann ich, Commander? Wo? Das ist nicht der Heli, das ist ein Vehikel-Drop. Achso.